Hallo und herzlich willkommen, liebe Rekrutier-Community, zum heutigen Erfolgstalk mit einem ganz besonderen Menschen wieder für euch, mit dem Merdat Godazi. Merdat, sehr gegrüßt. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Tobias. Ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass ich hier an diesem Call teilnehmen darf und ein bisschen was sharen kann mit deiner Community. Und da freue ich mich an drauf. Klasse. Also du bist ja sozusagen ein neuer Stern am Network-Marketing-Himmel. Du bist bei Natura Vitalis. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Ich beobachte das ja schon seit einigen Jahren. Der Frank Felte ist ja super erfolgreich gewesen, schon im Teleshopping war der Hauptkanal. Kann man das so sagen? Exakt, genau, ja. Teleshopping. Und dann gab es irgendwann, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, vielleicht kannst du mir das gleich beantworten, ob das ein kompletter Wechsel war zum Network-Marketing oder fährt er jetzt ein hybrides Modell? Also sind da beide Kanäle noch offen? Ne, also wie du das richtig schon gesagt hast, also Natura Vitalis hat ja vormals, kommt aus dem Teleshopping, hat vormals nur Teleshopping gemacht. Und das seit 1999. So irgendwann 2017. Ich meine, der Frank ist ja auch ein Visionär und schaut halt schon, in welche Richtung geht's und hat relativ schnell auch gemerkt, alles klar, okay, Fernsehen ist halt nicht mehr zeitlich aktuell, guckt kein Mensch. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen gucken, in welche Richtung man da gehen kann. Und da er selber schon vor 30 Jahren Network selbst betrieben hat und sich in diesem Vertriebsmodell, wie er es immer selber so schön sagt, er hat sich in diesem Geschäftsmodell verliebt, hat er immer schon einen Hang zu Network-Marketing gehabt, hatte da Lust drauf gehabt, immer da was zu starten und ist dann 2017 all in gegangen und hat gesagt, alles klar, okay, wir gehen aus dem Teleshopping-Business komplett raus und gehen ins Network-Marketing rein. Und so hat er sich ja reingetast, exakt, ja. Ist ja irgendwie auch mutig, ja. Ich sage mal, von einer Sache loszulassen und dann irgendwas Neues zu starten. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, also ich meine, ich konsumiere eh wenig bis gar kein Fernsehen. Das ist ja branchenbedingt oder naturbedingt. Zeit ist kostbar, sage ich immer. Und ist das wirklich so, dass die Einschaltquoten im Fernsehen runtergehen? Also jedenfalls hat er den richtigen Step-Kommission, weil wenn man jetzt mal nachguckt, wie die Umsätze von QVC sich auch entwickelt haben, da sieht man, oh ja, da hat jemand den richtigen Riecher gehabt und ist genau in die richtige Richtung gegangen. Und da merkt man, da sieht man das ganz klar. Okay, super. Jetzt wollen wir uns natürlich nicht nur oder über das Unternehmen unterhalten, sondern primär über dich. Ich musste so lachen. Ich habe in der Zeitung, ich glaube, es war sogar die Netco. Kann das sein? Ja? Oder auf Facebook. Da habe ich dich mit einem Scheck gesehen. Ich freue mich ja immer über Leute, die auch mal ihren Scheck zeigen. Ich kann mich noch gut erinnern an meine aktive Vertriebszeit. Da war das immer so ein, also man hatte eine gute Abrechnung immer irgendwie mit im Repertoire und falls die mal jemand sehen wollte, dann hat man die situativ auch gezeigt. Und das war auch immer schon so, ja, kann man das zeigen oder nicht? Kommt das dann irgendwie eventuell so überheblich oder nicht? Also du hast das Ding mit Stolz gezeigt, da stand irgendwas um die 40.000 Euro drauf. Das war dein bester Monat, wo du jetzt einen bestimmten Rang erreicht hattest oder wie muss man das werten? Ja, also es war etwas, ja, es ging in die Richtung, also es ist schon auf jeden Fall, die 40.000 ist mein Rekordmonat, jetzt hier im Network Marketing Bereich gewesen und das ist deswegen zustande gekommen, weil wir dann Ende Mai ein neues Produkt gelauncht haben und das Ding ist komplett durch die Decke gegangen und Juni, da hast du ja dann mein Check ja gesehen, über 40.000, genau zu sagen, 40.500, schieß mich tot, ein paar Gequetschte, ist dann das Endresultat gewesen, exakt. Super, also ich finde es gut, also der ein oder andere soll ja auch ein bisschen Lust haben, mehr draus zu machen. Es heißt ja immer, es gibt ja so Studien, da heißt es, warum starten die meisten im Network Marketing, also angeblich betreiben die meisten das um 500 bis 800 Euro nebenbei zu verdienen. Damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren, aber für die Masse scheint das wohl zu sein. Gut, jetzt aufgrund der verrückten Zeiten, Inflation, Energiekosten, Explosion und nun sind es wahrscheinlich 800 bis 1200 Euro nebenbei. Aber es ist halt wesentlich mehr drin. Du bist ja auch, du kommst ursprünglich aus dem Vertrieb? Ich komme ursprünglich aus dem klassischen Vertrieb, exakt, ja. Und warst auch schon so ein bisschen mehr gewohnt als ein Durchschnittsgehalt oder wo muss man dich einroten? Kannst du uns kurz deine Geschichte erzählen? Ja, sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem klassischen Vertrieb und habe klassischen Vertrieb gemacht, auch immer gut verdient, das muss ich auch dazu sagen, auch im hohen fünfstelligen Bereich schon verdient monatlich. Allerdings habe ich aber auch Stunden gekloppt, also im klassischen Vertrieb, wenn du Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis hast und das nicht ein, zwei Mitarbeiter, sondern ein paar mehr, da, ich sage immer, da sind dann halt deine Sorgekinder, die du ja dann hast, ja. Man muss sich um die Leute kümmern und, 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 und. Dann ist der Hamster von, dann ist der Hamster tot, wenn sie sich von der Stange gefallen, ja. Gibt es ja tausend Sachen, wo du dich dann drum kümmern musst bei den Leuten. Und ich habe da tatsächlich circa 14 Stunden am Tag gearbeitet, ne. Wie gesagt, gutes Geld verdient, ja, aber ich habe auch geackert ohne Ende und habe dann mich dann irgendwann mal gefragt, ob das wirklich Sinn und Zweck des Lebens ist. Ich habe dann für mich so die Entscheidung dann getroffen, alles klar, okay, ich schaue jetzt nach einer Alternative, wie kann ich da einfach mal anders an diese Sache rangehen. Weil Vertrieb ist ja schön und gut, da kannst du auch gutes Geld verdienen, keine Frage. Nur das Problem ist, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat fängst du bei Null an. Und das hast du halt im Network Marketing nicht. Wenn du dir was aufgebaut hast, jeden Tag, jede Woche summiert sich das Ganze, ja. Und deswegen kommt da auch dieses exponentielle Wachstum ja auch irgendwann dann zustande. Und, und da habe ich es verglichen und habe dann hat es bei mir Klick gemacht. Aha, das wäre doch viel smarter, da die Zeit doch zu investieren. Ja, aber weißt du, der Hamster stirbt auch im Network Marketing und der Wensittich fällt auch von der Stange. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie es aktuell in deinem Team aussieht. Also ich sage mal, ich glaube, die Probleme der Menschen oder ich nenne sie mal Befindlichkeitsstörung, die sind ja ähnlich oder gleich. Ja, nur mit einem Unterschied, dass der Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis dich Geld kostet. Das heißt, wenn da ein Problem vorliegt, dann solltest du schleunigst das Problem beseitigen, sonst hast du nachher ein Problem, weil Krankmeldungen und hier und da und bla bla bla. Also da ist es nicht so easy. Also im Network Marketing macht jeder selbst Unternehmer. Jeder möchte da ein eigenes Business sich aufbauen und macht das für sich selbst. Aber wenn du da Angestellte hast, ist das schon anders. Also da übernimmst du ja auch die Verantwortung für diese Menschen ja auch irgendwo ja mit als Arbeitgeber. Und da ist das schon ein bisschen anders, finde ich. Also ich höre jetzt raus, du hattest richtig angestellte Vertriebsmitarbeiter, die waren bei dir angestellt. Darf ich vorsichtig fragen, wie viele Leute, wie viele sprechen wir da? Round about 15 bis 20 Mitarbeiter. Okay, das heißt, du hast dann einiges auf der Payroll schon jeden Monat. Verstehe, wenn dann die Umsätze nicht passen oder wenn dann viele Leute krank sind, okay. Ja, ich glaube, das muss man selber erst mal spüren, diesen Vergleich. Das ist wie mit der Freiheit. Also die Freiheit, man kann sie ja eigentlich gar nicht vermissen. Ich versuche manchmal so ein bisschen zu philosophieren, wenn man sie vorher nicht wirklich kennengelernt hat. Exakt. Und ich glaube, so ist das für viele Unternehmer. Ich hatte diese Woche auch ein Telefonat mit einem Freund von mir, der hat ein Hotel am Chiemsee. Er hat auch ein gutes Hotel. Also ihm geht es wirklich gut, weil er hat jetzt wieder eine Phase, wo er selber kocht, weil er auch kein Personal bekommt. Also geht es noch nicht mal um Krankmeldung. Also das kommt ja dann noch dazu. Okay, ich sage mal, wann hast du da so richtig Blut geleckt? Hast du es von vornherein gecheckt? Oder da war ja, glaube ich, auch der Frank Felte so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Hat er dir das verklickert oder wie lief das? Also der Frank begleitet mich so die letzten 15 Jahre, das muss ich dazu sagen. Ich habe ja damals die Lehre bei Natura Vitalis gemacht und da war er ja quasi mein Arbeitgeber. Ja, also nur mal so zum Hintergrund. Ich kenne Natura Vitalis seit 15 Jahren, weil ich dort wirklich auch die Lehre gemacht habe damals. Und seitdem an, die Lehre war dann zu Ende und da hat er mir auch gesagt, alles klar, okay, du bist für alles gemacht, aber nicht hier hinterm Schreibtisch, um zu tippen, um Bestellungen und blablabla, sondern da musste ich schon rausgehen, also da bist du schon viel mehr gemacht. Da hat er mir dadurch schon Mut gemacht, dann habe ich natürlich mich umgeguckt und bin relativ schnell dann im Vertrieb gelandet, weil ich mich da entfalten konnte und so weiter und so fort. Und da hat er mich die ganze Zeit schon begleitet. Da habe ich quasi den Frank die ganze Zeit schon als Mentor die ganze Zeit gehabt oder ja, glücklicherweise. Na ja, schön, also würdest du auch sagen, an diesem Mentorenprinzip ist was dran, oder? Also ich sage jetzt mal, es heißt ja immer so, ich höre jetzt raus, er hat damals auch schon mehr in dir gesehen als du vielleicht, oder er hat Talente erkannt, sag mal mal so. Exakt, ja, genau. Der hat da auch schon mehr gesehen, deswegen, da habe ich ihn auch gefragt, ja, ist ja logisch, wenn du nach der Ausbildung, dann willst du ja von der Firma übernommen werden, dann sieht das gut aus und da hat er mir schon damals schon die Augen aufgemacht, das ist alles nicht wichtig, wenn du was drauf hast, wenn du was auf dem Kasten hast, dann brauchst du all das, was dir die ganze Zeit erklärt wird, was man so halt gelernt bekommt, vom System, sag ich mal jetzt. Du musst eine Ausbildung haben, ist klar, da hast du natürlich ein Fundament gelegt, aber hier dieses Notenprinzip und Schule und bla 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 und da hat er mir relativ schnell die Augen geöffnet, weil als ich mich damals bei Natura Vitalis beworben habe, da habe ich noch Abi gemacht, da war ich 13. Klasse, 13.1 und da habe ich gesagt, die haben mich dann angenommen, haben gesagt, ja, kannst du hier beginnen, bla bla bla, da habe ich gesagt, super, in sechs Monaten ist mein Abi dann zu Ende, dann komme ich rüber. Da hat der Frank gesagt, nee, nee, entweder kommst du jetzt oder gar nicht und da habe ich dann schon eine riesen Fragezeichen gehabt, da habe ich mir gedacht, als Arbeitgeber interessierst du dich doch für Zeugnis und Noten und blablabla und da habe ich mich, dann habe ich ihn damit konfrontiert, ich sage, wie kann das denn sein, als Arbeitgeber, dass es da uninteressant ist, bla 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 und da hat er schon einen anderen Mindset gehabt, als das, was einem so, wie sagt man, das beigebracht wird, in der Schule wird ja erklärt, ja, du brauchst gute Noten und du musst dies machen und das machen, das ist aber letztendlich, wenn du, wenn es, also im Businessaufbau ist, das ist eher irrelevant, weil da andere Dinge ja auch abgefragt werden, als das, was du mal in der Theorie mal gelernt hast in der Schule. Ich bin da selber in so einer Zwickmühle, bin immer, also das stellt sich immer die Frage nach der Dosis, na, ich habe ja auch ein schulpflichtiges Kind, heute ist die Schule wieder losgegangen, vierte Klasse und die Frage ist immer, wie sehr erkläre ich ihr, dass gute Noten wichtig sind und wie intensiv erkläre ich ihr aber auch gleichzeitig, dass das vollkommen irrelevant ist. Das ist, ey, das ist so schwierig, also am liebsten, also wenn ich jetzt mal mich sehe, ich habe ja wirklich auch super Noten gehabt in der Schule, drei abgeschlossene Ausbildungen, nur das, was ich mache, ist mein Geld, für die mich halt komplett anders. Und ich versuche jetzt schon so diese, weichen Skills beizubringen, Glas immer halb voll, Kommunikations Skills, Sales Skills und so weiter. Und das ist wirklich Wahnsinn, also spannend. Und wie, ich sage jetzt einfach mal, bist du dann jetzt auf den Zug Network Marketing richtig aufgesprungen oder wie bist du vorgegangen? Du hast gesagt, okay, jetzt hat mich der Frank geholt oder ich bin da hingekommen, wie auch immer. Und ja, jetzt geht's los. Bist du dann auch so klassisch gestartet? Hast du Bekannte angerufen oder hast du nur Facebook, Insta-Stories gemacht oder wie, irgendwie müssen ja die ersten Leute dazugekommen sein, oder? Also ganz klassisch, Liste Leute, ganz klassisch angefangen, wirklich mit Liste Leute, wen habe ich, wen kenne ich, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telefonbuch, also hier, Kontaktliste. Und die bin ich einfach durchgegangen, habe klassisch meine Kontaktliste dann auch erstellt und habe schön die ersten 100 Kontakte schön verbrannt. Ja. Weil mir einfach die Skills gefehlt haben und da muss ich auch echt sagen, in den ersten zwei Monaten habe ich überhaupt nichts hingekriegt. Also nada, null, zero, gar nichts. Und das kannte ich gar nicht von mir selbst. Im Vertrieb, da habe ich ja verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Projekte, verschiedene Firmen, verschiedene Vorgehensweisen, ob das jetzt B2B ist, B2C ist, Promotionstände und bla bla bla. Also wirklich verschiedene Projekte nach vorne gebracht, ohne Probleme. Zack, hat es funktioniert, zack, in die Umsetzung gegangen. Aber hier, ich bin da vielleicht einfach mit zu wenig Demut an die Sache reingegangen. Ich habe gedacht, ja gut, Network Marketing, ja gut, ich habe vorher Vertrieb gemacht, was habe ich denn für Projekte rumgesucht? Ach, das wird schon funktionieren. Hab begonnen, da hat gar nichts funktioniert. Wirklich, zwei Monate lang. Hat nichts funktioniert. Naja, also, wenn du das jetzt schon so sagst, dann interessiert mich das natürlich, weil, weißt du, ich glaube, die Situation kennen viele. Oder anders, ich will jetzt nicht um, aber man muss es einfach mal so sagen, ich glaube, neun von zehn kennen eher die Situation, dass es nicht funktioniert. Oder weniger, oder nicht so befriedigend. Und einer von zehn kann vielleicht sagen, hey du, ich bin da einfach gut gestartet. Also, wäre es cool, wenn du da ein bisschen noch was erzählst. Also, wenn man mit 100 Leuten irgendwie Kontakt hat. Also, mein Coach hat mir damals immer erzählt, so viel Blödsinn kannst nicht mal du erzählen, dass wenn man mit 200, mit 100 Leuten spricht, da muss jemand dabei sein, der sagt, hey, erzähl mir mehr oder da mache ich mit. Ja, also, ich habe, wie gesagt, als ich jetzt hier bei Network Marketing begonnen habe, ich hatte ja jetzt nicht, ich hatte ja jetzt nur den Frank halt eben als Mentor gehabt, aber ich wollte auch hier für Network Marketing und habe aber gesagt, ich mache das schon. Also, ich habe jetzt jetzt mir kein Know-how geholt, nichts. Und da muss ich wieder, wie sagt man so schön, back to the roots, eine Ausbildung dauert drei Jahre, eine Umschulung dauert sechs Monate, gibt dir mindestens drei Monate Zeit, um das Business zu verstehen und zu lernen. Ja, und das habe ich halt eben nicht mit berechnet. So, weil, ich finde, viele denken, ja, wenn du aus dem Vertrieb kommst, da wird Network Marketing für dich ein Klack sein und, und, und. Ich finde nicht. Wenn du aus dem Direktvertrieb kommst, wenn du aus dem Verkauf kommst, da kannst du dir sogar gerade im Network Marketing dir das Leben schwer machen. Warum? Weil, weil du eher, irgendjemand was verkaufen willst, ja, und im Network Marketing sollst du ja nur der Botschafter sein, der die Botschaft ja überbringt und nicht die Botschaft selbst sein, ne, und, und das ist der, das ist der Unterschied, ne, zwischen Vertrieb und halt eben wirklich Network Marketing oder also klassischem Vertrieb und Network Marketing. Da gibt es schon einen Unterschied, finde ich. Also, du bist eigentlich auch jemand, der, der, ich sage mal, geschult und ausgebildet wurde, Leute zu closen, in, na, in welcher Situation auch immer, du hast gerade Promotionstände gesagt und, und, und. Würdest du jetzt sagen, im Network Marketing ist das nicht notwendig? Also, das heißt, ich gebe dir dann einfach eine Info, ja, ich bin der Botschafter, ich habe meine Info und du entscheidest selber jetzt, was du mit der Info machst oder wie, wie ist das zu definieren? Warum ist das wichtig? Genau, weil du hast vorhin davon gesprochen, ja, aber, was ist denn der Unterschied zwischen Angestellte und Vertriebspartner, ne, ist da wirklich so ein Riesenunterschied und das ist genau der springende Punkt. Wenn du jemanden zu irgendetwas motivieren musst, damit er das macht, dann musst du den für alle Sachen motivieren. Also, mach mal dies, jetzt motiviere ich dich hierzu, jetzt motiviere ich dich dazu und um das zu verhindern, sollte man von vornherein, da halt natürlich auch schon ganz anders an die Sache rangehen, ne, so, und gerade im Network Marketing kannst du ja hier, mach der dritten Person sehr, sehr schön nutzen und da bist du ja aus der Schusslinie ja direkt ja schon raus, ja, und das meine ich halt eben. Nicht selber die Botschaft sein, sondern nur die lediglich der Botschaft, ne, der Botschafter, da hast du ja die Möglichkeit, mit deinem Sponsor ja zu arbeiten und so habe ich ja auch die Kurve ja dann damals dann bei Natura dann gekriegt, aber da kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Dann mach das doch bitte gleich, weißt du, weil das ist es, immer wieder die Frage, ja, wo war jetzt das Zünglein an der Waage, weißt du, es ist ja meistens nur ein Millimeter, wenn du den nach links oder nach rechts abbiegst, auf 100 Metern, Millimeter Veränderung, ist dann, funktioniert oder funktioniert nicht, also, was war es? Also, ganz einfach, also, ich habe, ich habe für mich selber festgestellt, dass so, wie ich jetzt gerade vorgehe, dass das einfach nichts bringt. Ich wusste aber, dass es gerade im Network-Marketing-Bereich, ja, sehr, sehr viele Menschen eben auch dort erfolgreich unterwegs sind. Das heißt, ich wusste, okay, es funktioniert, aber das, was ich gerade mache, funktioniert nicht. Deswegen bin ich da einfach auf dem, auf Frank dann eben dazugegangen und habe dann einfach mal gefragt, pass auf Frank, ich komme jetzt einfach hier nicht weiter, ich möchte aber weiterkommen, aber ich weiß nicht wie. und dann habe ich halt eben auch nochmal gefragt, ob er bereit wäre, über einen gewissen Zeitraum mit mir wirklich eins zu eins zu arbeiten. So, dann, Frank bejahte das Ganze dann natürlich und ab dann erklärte er mir dann ganz genau, wie ich da vorgehen sollte und wie einfach das Ganze eigentlich ist. So, dann zeigte er mir absolut einzigartige Konzepte und Mentoring-Methoden, mit dem man dann eben sofort innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr, sehr gute Erfolge produzieren konnte und gerade die, das sind die wichtigsten Sachen, dass du wirklich Dinge auch annimmst. Das sind ja Wege, die andere ja gegangen sind. Brauchst du nicht, ich sage immer, da brauchst du nicht das Rad neu zu erfinden, sondern da sollte man das Rad einfach eins zu eins mal so übernehmen. Okay. Und als ich das dann eben gemacht habe, dieses Mentoring-Programm, eins zu eins zusammen gearbeitet, dann ist natürlich innerhalb kürzester Zeit eben was passiert. Naja, Frank hat mir halt eben nochmal, wir sind in die Praxis gegangen und er hat mir dann auch nochmal in der Praxis eben gezeigt, wie man überhaupt diese Gespräche führt. Ah. Wie gesagt, also es ist wichtig, jetzt nicht theoretisch, sondern wirklich auch eine Praxis, wie man ein Sponsoring-Gespräch führt und soll ich dir dann sagen, was dann passiert ist? Ja, unbedingt. Viertelstunde, nach nur einer Viertelstunde, hatte ich tatsächlich meinen ersten Manager gesponsert. Und genau das war der Moment, in dem mir dann klar wurde, wie einfach doch unser Business ist. Und seitdem arbeite ich auch eben mit Sog statt Druck. Und das ist das, was ich vorhin auch eben angesprochen habe. Wenn du aus dem Vertrieb kommst, dann kennst du viel, wenn hier der Auftrag steht, ja, hier. So, da arbeitest du eben mit Druck. Und seitdem arbeite ich stattdessen mit Sog. Und mir, also ich sage wirklich, es fiel mir quasi wie Schuppen aus den Augen, dass wir selbst die größten Saboteure sind in unserem Leben, weil wir oft uns selbst eben das Leben schwer machen, weil wir uns selbst irgendwo in dem Weg stehen. Und jetzt denken natürlich ja viele, ja gut, die beiden waren befreundet und deswegen wurde denen da geholfen, bla, bla, bla. Aber, ich habe natürlich mit meinen eigenen Augen gesehen, so wie du das auch schon jetzt hier bereits festgestellt hast, dass einfach erfolgreiche Menschen, die schon einen Weg gegangen sind, wenn du die, wenn du wirklich hingehst und diese Dinge, die diese Menschen dir mit an die Hand geben, eins zu eins umsetzt, dass die Dinge funktionieren. Ich meine, du hast sie mit Sicherheit ja auch schon des Öfteren festgestellt, oder? Dutzend- und hundertfach. Also am Ende, mein Tageswerk besteht ja darin, Leuten, ich sage mal, bestimmte Dinge beizubringen und zu vermitteln. Wir haben ja unsere Masterclass und wie soll man sagen, wir sind ja mittlerweile 25 Jahre in dieser Branche unterwegs. Was mich jetzt aber noch genauer interessiert, weil sonst kriege ich wieder die Rückmeldung, Tobi, warum hast du ihm wie einen Aal entweichen lassen? Deswegen, ich muss da nochmal zurück. Also, ab wann hat es funktioniert? Ich habe jetzt rausgehört, also wir wollen natürlich nicht das Coaching- und Mentor-Geheimnis von Frank Felte heute hier lüften, weil ich, er verrät das selber. Ich habe gesehen, er hat dazu eine Landingpage und, und, und. Aber trotzdem musst du uns verraten, ja, was denn jetzt? Also es heißt, du hast dann deine Interessenten sozusagen mit mal zum Frank genommen. Der Frank war die dritte Person und du hast dann quasi ein funktionierendes Sponsorgespräch gelernt von ihm. Und vorher hast du einfach nur drauf losgelabert zwischen Tür und Angel und hast gesagt, hey, ho, wie ist das Ananas? Oder habe ich das richtig? Exakt, exakt. Also, es gibt ja, es gibt ja, also es gibt ja verschiedene Vorgehensweisen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dass du dir den Rahmen sprengst. Naja, deswegen habe ich ja gesagt, wir wollen das ja nicht verraten. Also, und verraten geht es nicht, dass du dir hier den Rahmen sprengst, sonst würde ich hier raushauen, aber dann sitzen wir noch zwei Stunden hier. Aber die, ich sag mal so, die Gespräche, die ich am Anfang geführt habe, da ging es nur darum, gerade, wenn du, wenn du im Network Marketing startest, wir haben ja vorhin gesagt, es ist ja einfach, das Rad 1 zu 1 zu übernehmen, anstatt neu zu erfinden. So, in den meisten Network Marketing Unternehmen gibt es ja logischerweise Systeme, wo das Business präsentiert wird von irgendjemandem, der das Geschäft schon kennt und kann und so weiter und so fort. Richtig? Absolut. So. Und einzig allein, was du da als neuer Networker tun musst, du musst ja einfach nur noch deine Gäste zu dieser Geschäftsorientation als Beispiel einladen und das war's. Und so eine Einladung, wenn du dir mal, es gibt ja verschiedene Vorgehensweisen, aber so eine Einladung darf in der Regel nur zwei bis drei Minuten als Beispiel dauern. Ja. Meine Gespräche hingegen haben über eine Stunde gedauert. Ja. Ich verstehe. Wir halten also fest, eine Einladung oder eine Terminvereinbarung hat den Zweck einzuladen oder einen Termin zu vereinbaren und nicht das Geschäft zu präsentieren. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So ein bisschen. Also ich sag dir auch ehrlich, das ist auch sehr, sehr verlockend, da nicht über das Business zu reden. Also es ist schwierig, nicht über das Business zu reden, weil wenn du ein gutes Standing bei deinen Leuten hast und du sagst, hey, ich habe eine geile Geschäftsmöglichkeit, solltest du dir unbekannt hören, dann, wenn du ein gutes Standing hast, dann komm, dann fangen die Leute an. Pass auf, für dich nehme ich mir jetzt sofort die Zeit, hau raus. Da brauchen wir gar keinen Termin. Ja, ja, absolut. Kommst du jetzt aus der Nummer raus. Ja, aber das dauert, das dauert eine Stunde. Egal, ich nehme für dich mit fünf Stunden Zeit. Kein Problem, hau raus, ich höre dir zu. Aber ich sage da auch, können wir Neuligen, auch da bitte nicht den Fehler machen, nicht erzählen. Und da verstehen es viele neue Leute nicht. Die sagen, ja, aber warum soll ich das denn nicht erzählen? Dann nimmt sich doch jetzt gerade die Zeit. Ist doch super, ist doch perfekt. Dann verliere ich keine Zeit. Problem ist, wenn du dann keinen Termin jetzt vereinbart hast. Stell dir mal vor, wir machen das jetzt hier ohne Termin, ohne nichts. Ja, das ist komplett hier free. Äh, Freestyle, ne? So, was passiert? Du rechnest damit nicht. Keine Ahnung. Partner kommt hier reingedonnert, ja, Postbote klingelt, Handy klingelt. Du hast so viele Ablenkfaktoren und wenn du so ein Gespräch führst und da wirst du jetzt mal fünf Minuten hier, zwei Minuten da, drei Minuten da abgelegt, ist vorbei. Ist vorbei. Da war alles. Also ich höre raus, wir brauchen die volle geistige Präsenz und körperliche Anwesenheit, damit wir unsere Botschaft auch überbringen können. Absolut. 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 Das war zum Beispiel jetzt einfach mal ein Fehler. Am Anfang selber gemacht habe ich Gespräche, eine Stunde, dann wieder runter, keine Ahnung, auf 40 Minuten, halbe Stunde und irgendwann war ich dann wirklich so gut, aber irgendwann habe ich so viele Kontakte verbrannt und habe dann endlich gelernt, alles klar, okay, so ein Gespräch dauert nur zwei bis drei Minuten. Merda, weißt du, ich bin ja ganz froh, dass du das jetzt heute sagst, weil für mich bist du ja heute die dritte Person. Also mit Verlaub, nicht falsch verstehen, aber exakt so habe ich es gelernt, ja, sei ein königlicher Informant, erzähl beim Einladen nicht so viel wie möglich, sondern nur so viel wie nötig. Absolut. Das Ziel ist einfach die Präsentation und der Termin. Nur wenn du das heute jetzt wieder bestätigst, als jemand, der gerade exakt in dem Moment damit diese Erfolge generiert und bist ja auch so ein bisschen so ein Rising Star, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dann ist das Proof of Concept, sagt man. Absolut. Dann hat das einen Wert, weil dann weiß ich, dann sitzen jetzt 100 Leute hier vor dem Call und schreiben sich das auf, ich muss in Zukunft meinen Mund halten und irgendwie mal sagen, das machen wir an dem und dem Tag, auf der und der Präsentation oder in dem und dem Gespräch. Exakt. Nicht jetzt. Genau. Aber wichtig ist, dass man diesen Menschen auch den Hintergrund vielleicht mal erklärt, also dass man dann wirklich, weil der Mensch ist halt nun mal so, der braucht immer ein Weil. Halte dich kurz, dann wollte ich aber ein Weil hören. Warum soll ich mich kurz halten? Ich kann nur jetzt. Und deshalb ist das vielleicht wichtig, auch denen auch ein Weil zu geben, dann wissen wir Bescheid. Alles klar, okay, jetzt habe ich es verstanden, der Groschen ist gefallen, ich mache das nicht mehr. Ja. Kannst du, also das heißt, dem Angerufenen, weil wir machen das jetzt ein bisschen kürzer, weil wir brauchen eine Stunde Zeit und mir pressiert es jetzt ein bisschen, ich muss gerade weiter oder dem, der es falsch macht. Weil war auf dem, also ich meine den Network, also oft wird ja immer gesagt, halte dich kurz, erzähl nicht zu viel, wie du vorhin gesagt hast, nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie nötig, bla bla bla, aber man erklärt nicht, warum, warum soll ich mich denn kurz halten? Okay. Das sollte man vielleicht den Networkern mal erklären, warum, warum solltest du dich kurz halten? Also die Hintergründe, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, was da dazwischen kommen kann, wo die Information dann untergeht, bla bla bla, das sollte man dann erklären. Aber so im Gespräch ist ja entspannt, einfach eine Einladung, das war's. Okay, pass auf, jetzt, also, ich, für mich bist du noch ein, für mich bist du noch ein zartes Pflänzchen, darf ich das so sagen? Absolut. Obwohl du schon auch finanziell, ich sag jetzt mal, Erfolge hattest, von denen die meisten nur träumen. Deswegen einfach mal so unbedarft die Frage, wie würdest du denn jetzt vorgehen? Sponsorst du weiter direkt oder bist du jetzt jemand, der sagt, ich muss das Team stabilisieren oder ich arbeite in die Tiefe? Wie läuft das bei dir? Ja, also ich bin der Meinung, das musst du sowohl als auch betrachten, also sowohl Team, natürlich hier in der Struktur auch aufbauen, helfen, supporten, auf jeden Fall, aber auch selber noch weiterhin sponsern, weil je nachdem, was du für Ziele hast, ich meine, wenn du mit 10 oder 15 oder 20.000 happy bist, ist das in Ordnung, ja, aber selbst da musst du auch ein bisschen ein Auge drauf haben, aber wenn du jetzt sagst, nö, ich möchte da, ich habe mir da größere Ziele gesteckt, dann logisch, dann musst du natürlich auch weiter und dann kommst du natürlich auch doppelt so schnell voran, wenn du sowohl selbst sponsernst, als auch dein Team natürlich supportest. Und es kommt noch was dazu, ich meine, du musst zwar deine Partner jetzt im Network Marketing nicht bezahlen, aber man hat ja auch gehört, dass auch bei Führungskräften mal der Hamster krank ist oder der Wellensittich von der Stange gefallen ist und es wäre ja schade, wenn man von denen abhängig wäre, oder? Absolut, absolut, das würde ich sowieso nicht machen, Abhängigkeit ist das Schlimmste, was du, wir gehen ja alle von Abhängigkeit ja weg, ob das jetzt örtlich ist, zeitlich ist, dann macht das auch wenig Sinn, im Business dich dann von irgendjemandem abhängig zu machen, deshalb hast du natürlich absolut recht, ja. Ich habe das übrigens, das ist so ein Ding, das habe ich vorige Woche meiner Tochter mal erklärt, da ging es um eine Freundin, die hat einen eigenen Kopf, die wollte nicht mit ihr spielen und dann habe ich zu ihr gesagt, komm hier, renn der nicht laufend hinterher, mach mal dein eigenes Ding, ja warum? Ich sage, von anderen abhängig sein ist das Schlimmste, was es gibt. Dann guckt die mich an und sagt, ja ich sage, Papa, du hast gesagt mal, wenn man krank ist, das Schlimmste, was es gibt. sage ich ja, abhängig sein ist auch scheiße, sagt sie, alles klar, ich nehme es mit auf, aber das ist so geil, das ist ja wirklich, du hast es gesagt, das ist Abhängigkeit und Krankheit, das Schlimmste, was es gibt. Absolut. Was bist du für ein Leader? Jetzt sitzt auch unser Vorgespräch, das war, also das kann natürlich jetzt so eine Mentalitätsgeschichte sein, du bist Iraner, richtig? Exakt, ja. Darf man da auch Perser sagen? Ja, kannst du auch. Ja, also die persischen Leute, ich weiß ja nicht, ob das richtig ist oder so, für mich war Persien immer so dieser große, dieser große Begriff, wenn du die Filme guckst und so, das persische Reich. Und ihr seid ja alle ganz, ganz, ich habe immer den Eindruck, also alle persischen, iranischen Leute, die ich kennengelernt habe, das waren so, so erhabene, so sanft, so sanftmütige, aber doch so starke Charaktere. So, und du machst jetzt auch so diesen, diesen in dir ruhenden Eindruck, habe ich immer. So, wie baust du denn dein Business auf? Irgendwie Network Marketing ist ja von Emotionen geprägt, auch ein bisschen Hurra, Leben lieben, Lachen, Lachen klatschen, Geld verdienen, höher, schneller, weiter. Und irgendwie kommst du mir so, so voll geerdet vor. Entspannt, oder? Ja, also wenn es, ich sage immer, oder ich habe gelernt, von meinem Mentor vor 15 Jahren, oder mittlerweile 16, Professionalität bedeutet, auf Knopfdruck zu funktionieren. So, und es ist doch schon mal gut, wenn du in der Lage bist, auf Knopfdruck eben auch da zu sein, auf Knopfdruck eben die Emotionen hervorzurufen, die du eben in diesem Moment brauchst. Und so funktioniere ich. Ich meine, die Übung macht den Meister, das kann man lernen. Und ich habe es ziemlich früh eben gelernt, auf Knopfdruck zu funktionieren. Und wenn es da sein muss, dann, also dafür bin ich sogar bekannt. Du kannst auch anders. Oh ja, also wenn ich mal hier eine Geschäftspräsentation spreche, da muss man mal dabei sein, da sagen die meisten, es gibt es doch gar nicht so viel begeistert, aber das haut dich ja voll weg hier, wenn du im Zoom sitzt. Das ist halt Professionalität. Auf Knopfdruck funktionieren. Aber wenn wir hier ein entspanntes, lockeres Gefühl spüren, dann bin ich auch locker, ganz entspannt. Aha, okay. Also es gibt auch noch eine andere Seite, das wollte ich jetzt bloß mal abfragen. Gut, jetzt erzähl mir mal noch so ein bisschen was. Ich sage mal, dieser Hunger auf Erfolg, den hast du ja schon vorher, in deiner Vertriebskarriere, Laufbahn, jetzt im Network Marketing, vielleicht ist da noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Ja. Du hast ja auch ein bisschen was erlebt, irgendwie in deinem Leben schon. Ich sage mal, du bist wahrscheinlich auch nicht hier mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Nein. Also ist das auch so eine Mentalitätsgeschichte, dass man sagt, okay, hier in Deutschland kann ich was rupfen. Was ist denn überhaupt dein Background, familiär oder? Ja, also ich bin, wir sind 2000 hier nach Deutschland rüber, also 25 Jahre, 24 Jahre mittlerweile. da sind wir, da war ich 11, 11 gewesen, 11, 12, da sind wir hier rüber und mein Vater war Bezirksleiter bei der Bank in Iran. Wir sind hier rüber gekommen. Wir haben hier komplett von Null begonnen und er hatte gar keine andere Möglichkeit, hier Fuß zu fassen, die Sprachbarrieren und so weiter und so fort. Dann ist er hier teilweise Pizza-Taxi gefahren und hat Zeitungen verteilt. Vorher war der Bezirksleiter bei der Bank. Das Einzige, was ich von meinem Vater lernen konnte, ist, zu arbeiten, wirklich nicht dir zu schade sein, da mal auch mal unten wieder anzufangen oder ich sage immer, gibt es ja den Spruch, hinfallen ist keine Schande, sondern liegen bleiben. Wenn man mal irgendwie mal von Null mal starten muss, das habe ich halt von meinem Vater gelernt, der war nie der große Unternehmer, der war immer im Angestelltenverhältnis, hat immer sein Ding gemacht, also dieses Unternehmertum konnte ich von meinem Vater nicht lernen und habe mich irgendwann mal von dem Buch hier Poor Dad, Rich Dad, kennst du vielleicht? Von Kiyosaki, Robert Kiyosaki, habe mich davon inspirieren lassen und habe mir gedacht, guck mal, Poor Dad, Rich Dad, das hört sich doch echt cool an. Wie wäre es denn, wenn ich den Poor Dad, habe ich ja schon mal, ja, wie geil wäre das, wenn ich auch so ein Rich Dad hätte, wo ich das alles von ihm lernen kann. Ohne Scheiß, ich habe es einfach in meinem Leben da manifestiert, weil dann kam eben Frank und hat diese Rolle übernommen und hat mich dann die letzten Jahre komplett begleitet. Der ist ja abgefahren. Hammer, oder? Ja, ja, aber das auch so proaktiv anzugehen, das Thema, weil das ist ja auch wieder so der Klassiker, sehr viele Menschen sitzen eben in dieser Opferrolle ich habe gestern erst wieder, ich habe gestern erst wieder von einem Verkaufstrainer, es war tatsächlich ein Verkaufstrainer, der sagte, ja, viele Leute heulen dann rum und sie sagen, ja, ich kriege immer nur so komische Argumente und so, aber die Idee, darauf zu kommen, sein Verkaufsskript in dem Falle zu verbessern, bessere Fragen zu stellen, eine Bedarfsanalyse zu machen, ja, da kommt keiner und das ist ja jetzt bei dir auch anders gewesen, du sagst, okay, ich brauche zusätzlich einen Rich Dad, weil ein glückliches Kind auf dieser Welt hat beides, einen Poor Dad und einen Rich Dad, weil der Poor Dad für viele, die den Kiosar nicht gelesen haben, der hat ja wahnsinnige Eigenschaften, der ist ja, also, ist ja nur die finanzielle Geschichte. Das hast du auch viel lernen, natürlich 100 Prozent und das war so, genau wie du sagst, viele sind halt in dieser, sorry, wenn ich das so sage, in dieser Opferrolle, ja, und suchen die Schuld bei außenstehenden Faktoren, ja, oder machen sich von außenstehenden Faktoren abhängig, da sind wir wieder beim Thema Abhängigkeit, anstatt sie hingehen und sagen, alles klar, ich packe mich mal in meine eigene Nase, weil alles, ähm, was, das hat aber auch irgendwo was mit Verantwortung zu tun. Viele Menschen haben davor Angst, selbst die komplette Verantwortung zu übernehmen, das kommt auch noch mit dazu, weil Verantwortung ist ja auch wieder mit Aufwand verbunden, wenn Dinge schieflaufen, musst du den Kopf hinhalten und, 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 deswegen laufen viele davon weg und geben dann die Verantwortung ab an außenstehende Faktoren, ja, mein Vater, ja, meine Mutter war damals so, wenn man sich die Story von Frank Welte beispielsweise mal anguckt, wie er aufgewachsen ist, was er für Eltern hatte und so weiter und so fort, die schlimmsten Grundvoraussetzungen, wirklich die schlimmsten Grundvoraussetzungen, ich werde sich den Rahmen jetzt sprengen und seine komplette Story erzählen, aber kann man ja mal bei YouTube sich mal anhören, Drogen konsumiert die Eltern und Alkoholiker und bla, mit 16 von zu Hause abgehauen, also er, wenn, wenn 100 Leute im Raum sitzen, bin ich felsenfest von überzeugt, dass er mit Sicherheit einer sein kann, der aufstehen kann und sagen kann, mein Leben war scheiße, deswegen habe ich nichts geschissen gekriegt, auf gut Deutsch gesagt, ja, safe, 100 Prozent, aber, wenn man dann guckt, was er dann eben gemacht hat, aus seinem Leben, im Erwachsenenalter, dann kann man nur sagen, Hut ab, nochmal Hut ab und nochmal Hut ab, weil mehr geht wirklich nicht, und, und das sind die Dinge, wie man, was man halt auch von anderen Menschen auch lernen kann, ne, was, wie war es denn bei denen, ja, es geht immer schlimmer, ja, ist die Frage, was du daraus machst, der eine bekommt dadurch Antrieb, der andere schmeißt sich da in ein Loch rein, wo er dann nie wieder rauskommt, ne, aber beide haben die gleichen Grundvoraussetzungen, ja, sagst du uns, vielleicht abschließend noch ein bisschen was, ähm, also, sag mal mal, Berichte in, ähm, der Netco, über Networker, die, neu aufsteigen, gibt es ja immer, ja, was wird jetzt aus dir, in Zukunft, also, wie, wie, wie gehst du vor, was, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie 10, 15.000, das ist ja eigentlich auch, du schon irgendwie okay, aber, bist du jetzt auch einer, also, noch anders, gibt es ja Leute, die sagen, wir machen das Geschäft unter der Grasnarbe, wir wollen die Größten unter den Kleinen sein, die anderen sagen, wir hauen in Dell ins Universum, die einen machen, äh, jeden Tag, Tagesgeschäft, die anderen machen nur 90 Day Runs, also, wie müssen wir dich jetzt so ein bisschen einordnen, was ist zu erwarten, wohin geht die Reise? Also, die Reise geht ganz klar da, in die Richtung, dass ich, ähm, Richtung, ich mache weiter, ich baue jetzt international auf, ich möchte unbedingt, äh, habe aktuell meinen Fokus viel auf, auf, äh, Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, ich möchte aber unbedingt international agieren, das heißt, äh, ein größeres Team auch in, in, äh, Spanien mal zu haben, in Südamerika zu haben, weil, äh, gerade ab Oktober eröffnen wir jetzt, äh, auch Natura Vitalis Amerika und, ähm, da habe ich, äh, die Ehre auch, das wird von, äh, Hannes Sommer gemacht und, ähm, Hannes Sommer, äh, da habe ich die Ehre, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten, auch ein sehr erfolgreicher Networker in der Vergangenheit gewesen und, ähm, da planen wir jetzt aktuell, die europaweite Expansion, dass man jetzt viele andere Länder jetzt noch mit ins Boot holt und, ähm, ich möchte da weiter vergrößern, weil ich finde Natura Vitalis als Firma mit den Produkten, mit dem, was der Natura Vitalis bis jetzt auf die Beine gestellt hat, ist noch komplett unterm Radar und kann viel, viel größer werden als das, was er gerade aktuell ist und da bin ich auch felsenfest mal überzeugt, dass wir die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch sehr, sehr viel noch sehen werden. Ja, noch eine persönliche Frage, also, das ist unbestritten, dass mit diesem unter dem Radar, ist so, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest, hätte ich dir gesagt, nee, also, wenn du gesagt hast, nee, ist nicht so, das, das, für mich ist immer so ein Indikator, was kommt mir wo, wie oft zu Ohren, ja, und insofern hast du schon recht. Trotzdem mal eine Frage und das ist für mich immer so, also, ich bin ja, also, wie soll man sagen, ich bin ja nicht dumm, ich weiß, wenn man sich international aufstellt, dann steht man sicherer und andere Märkte, spannende Umsätze, aber warum will man immer so schnell, also, die meisten wollen immer so schnell irgendwas im Ausland machen, wo in Deutschland, da ist der Kuchen noch nicht mal angegessen, also, da hast du noch nicht mal eine Streusel, also, für eure Verhältnisse, habt ihr eigentlich noch nicht mal eine Streusel runtergenommen. Bringen wir mal ein Beispiel, wenn ich sehe, was jetzt PM International für Umsätze in Deutschland macht oder Provin oder, oder auch LR oder auch Ringana, ja, wobei die, na, aber das ist ja auch so, die waren so lange nur in Österreich, bis, ne, bis sie irgendwann mal dann gesagt haben, wir gehen auch nach Spanien, warum passiert das so schnell? Also, ich finde das sogar noch zu langsam, das ist immer Ansichtssache, ne, alles viel schneller gehen können, aber gut, das Gras wächst auch nicht, wenn man dran zieht, muss man halt schon wachsen lassen, ich habe, ich bin, ich mache das jetzt seit November 21 und habe auch einige Partnern schon international, ne, aufgebaut, aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, ne, also, da kann noch mehr gehen und deshalb, und ich, da ich ja gerne im Ausland bin, da ich gerne auch die Sonne genieße, deswegen habe ich auch Spanien auch angesprochen, bin ich sehr gerne dann auch da und wenn ich natürlich dort ein Team noch habe und meine Arbeit mit Sonne und Strand und Co. noch kombinieren kann, macht total Sinn. Wir haben ja vorhin gerade über den Spätsommer gesprochen und über die Bräune, die relativ schnell weg ist. Exakt. Mehrdad, ich danke dir für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Leute, lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, schaut auf den Mehrdad, was da in Zukunft passiert, wer Fragen hat oder gerne uns seine Meinung schreiben möchte, gerne hier unter dem Video. Ich wünsche dir alles Gute, maximale Erfolge, freue mich jederzeit von dir und deinen Erfolgen zu hören. Vielen, vielen Dank, danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.